Der Edinburgh Zoo liegt im Korstorfine-Bezirk von Edinburgh und weit des Murrayfield-Stadions. Eigentümer ist die königlich-zoologische Gesellschaft von Schottland. Der Zoo wird jährlich von 600.000 Besuchern aus aller Welt besucht. Dadurch ist die Anlage die zweitmeist besuchte schottische eintrittspflichtige Touristenattraktion nach Edinburgh Castle. Das Motto des Zoos lautet, unsere Besucher zu erstaunen und mit dem Wunder des Tierlebens zu inspirieren und so die Bewahrung bedrohter Spezies und Tierarten zu verbreiten. Geschichte Die Royal Zooological Society of Scotland, eine eingetragene gemeinnützige Gesellschaft, wurde ursprünglich 1909 inspiriert vom Edinburgh Rechtsanwalt Thomas Heilinkiespie, gegründet. Die Original-Karte ergibt folgenden Zweck der Gesellschaft vor. Das Gelände des heutigen Zoos wurde vom Stadtrat von Edinburgh für die Gesellschaft gekauft und der Zoo am 4. Februar 1913 gegründet, aber erst am 22. Juli der Öffentlichkeit übergeben. Auf dem Gelände befand sich vorher eine Baumschule mit Park, in der unter anderem die Apfelsotten James Greve und John Downey entwickelt wurden. Noch im Jahr 1913 wurde das königliche Statut verliehen, das Präfix Royal jedoch wurde erst nach einem Besuch von König George VI. 1948 verliehen. Seit 1986 hat die Gesellschaft zusätzlich den Hochland-Wildtierpark in Kingussi 48 km südlich der Stadt Inverness übernommen. Attraktionen Im Jahr 2005 umfasste die Ausstellung des Zoologische Gartens ca. 1000 Tiere, die auf etwa 33 Hektar präsentiert werden. Bedingt durch das überwiegend kühle Klima hat der Zoo sich in den letzten Jahren auf Säugetiere und Vögel konzentriert. Dennoch finden sich im Discovery Center noch einige Reptilien und Amphibien. Der Zoo zeigt die einzigen Koalas und seit 2011 die einzigen großen Pandas Britanniens. Der Zoo ist außerdem bekannt für seine umfangreiche Sammlung an Pinguinen, so zum Beispiel die Königspinguine, die zweitgrößte Pinguiner der Welt. Die Iselspinguine und die Felsenpinguine Die ersten Pinguine kamen durch eine Walfang-Expedition im Januar 1914 nach Edinburgh. Einer der Pinguine im Zoo Zernilz Olaf II ist das Maskottchen des kommandierenden Offiziers der Garde des norwegischen Königs. Weitere seltene Arten sind der australische Kasuar, der Riesenseeadler, der Schwarzstorch und die Fächertaube. Rainbow Landings, ein Rundweg durch die Voliere der Loris-Papageien, wurde erst im Dezember 2007 fertiggestellt und eröffnet. Bilder des Edinburgh Zoos Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt